hallo meine freunde recht herzlich willkommen zum heutigen video ich habe leider zur zeit keinen anständigen content für meinen kanal deswegen mache ich mal wieder einen tag spaß beiseite aber es geht heute wirklich um einen tag und zwar um den nostalgie tag habe ich schon mitbekommen dass da viele mitgemacht haben und ich dachte mir eigentlich so nur vom namen her würdest du da eigentlich gern mitmachen passt ja auch so zu deinem unboxings und vorstellungen und ich wurde tatsächlich jetzt zufälligerweise nominiert auch noch von zwei leuten gleichzeitig aber von sascha flegel vom kanal kaffee mit sachi und einmal von michael vom kanal michas filmwelt dafür also schon mal vielen dank ja dann habe ich allerdings erst die fragen gesehen und dachte mir ein paar fragen könnten schwer werden das ganze möchte ich jetzt auch kurz erklären warum ein paar fragen ziemlich schwer werden könnten für mich ich bin ja einer aus der film community der nicht so typisch mit film aufgewachsen ist nenne ich es jetzt mal viele von den kollegen erzählen ja gerne ihre geschichten von früher wie sich schon eben ich sag jetzt mal im grundschulalter dienen die bösen film geguckt haben dienen die videokassetten geguckt haben die eltern haben im besten fall schon filme gesammelt und 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 das war bei mir ja alles nicht der fall bewusst angefangen zusammen und zu kaufen habe ich ja erst ende der 90er anfang 2000 und davor war alles was ich mit dem thema film zu tun hatte eigentlich bei mir was im fernsehen ausgestrahlt wurde und dementsprechend ich habe lange überlegt es gibt viele filme die ich als kind gut fand gerne gesehen habe aber es gab nie ein film wo ich jetzt sagen könnte den fand ich so toll den musste ich immer und immer wieder gucken immer mal wieder reingeht immer mal wieder reingeht immer mal wieder reingeht immer mal wieder reingeht die filme ich gut fand da komme nachher darauf zu sprechen bei einer anderen frage aber ich muss jetzt bei frage nummer eins wirklich sagen ich hatte zu meiner kindheit und da zähle ich jetzt nostalgie mal dazu keinen lieblingsfilm mein erster lieblingsfilm ohne witz mein erster lieblingsfilm den ersten film den ich wirklich mehrmals mehrmals gesehen habe weil ich ihn so toll fand auch jetzt über all die jahre mein erster lieblingsfilm war jetzt bewusst der blutige fahrt gottes als film den ich als lieblingsfilm bezeichnen würde und der war ja glaube ich 1999 glaube ich erst raus gekommen deswegen kommen wir zur zweiten frage welche filme hast du als kind gesehen die du garantiert nicht hättest sehen dürfen auch da musste ich ein bisschen überlegen und bei den meisten anderen leuten hast du irgendwelche horrorfilme gehört freitag der 13 halloween nightmare on elm street ja die filme hatte ich auch so im vorbeigehen mal irgendwie aufgeschnappt im fernsehen etc pp aber da wurde eigentlich nichts großartiges gesagt filme die ich nicht sehen durften das waren äh tittenfilme äh erotikfilme softpornos keine ahnung emmanuel black emmanuel selbst sowas wie eis am stiel überall wo nackte weiber drum herum getanzt haben durfte ich nicht sehen da bin ich doch sage ich mal ziemlich brüde damals erzogen worden muss ich im nachhinein sagen das wird dann immer so gemacht als ob es was ganz böses wäre und so wird dann auch immer weggeschaltet aber viele meiner generation kennen das ja früher mitten in der nacht irgendwann um was weiß ich war das früher immer gelaufen ich sage mal so um 12 uhr um 0 uhr um so um den dreh in irgendein nachtprogramm von sat 1 kabel 1 oder so da lief dann immer mal black emmanuel oder sowas in der in der richtung wo man dann irgendwie mal reingeschaltet hat ich weiß jetzt heutzutage wirklich nicht mehr wie ich da reingeschaltet habe entweder hat meine mutter geschlafen und ich habe dann so ganz leise gehört oder ohne ton oder sie war gar nicht da ja wie gesagt das war dann auch so ja keine ahnung wie alt ich damals war grundschulalter muss das gewesen das waren die ersten bewegten nackten frauen die man da so gesehen hat ne und das würde ich jetzt bei frage zwei sagen irgendwelche erotik filme die da so im fernsehen gelaufen sind frage nummer drei hast du als kind jemals einen film aus angst ausgemacht also da kann ich ganz klar nein sagen zum einmal lieben zum einen hielten sich die filme die so schlimm waren dass ich angst also so starke angst haben musste dass es ausmachen musste hielten sich in grenzen wie gesagt die üblichen verdächtigen horrorfilme die mal so kennt die im fernsehen gelaufen sind da war ja meistens die mutter dabei wie gesagt ich rede jetzt von nightmare and street aber auch filme wie der weiße high oder irgendwelche weiße high kopien die alien filme die fand ich damals ganz schlimm aber ich habe nie ein fernseher ausgemacht oder meine mutter musste nie den fernseher ausmachen da hast du dir mal die decke über den kopf gezogen oder die hand meistens hat mir so die hand her vors gesicht gehalten und dann so durch so einen spalt hier geschlitzt gespickt bis die sehne vorbei war dann hat man weiter geguckt also ausgemacht habe ich persönlich da noch nie was frage nummer vier in welches filmjahrzehnt würdest du gerne mal zurückreisen das ist auch ja es ist schwer zu sagen für die 80er jahre war ich wahrscheinlich zu spät dran für die 90er jahre habe ich auch zu spät was mitbekommen bei mir ist schwer zu erklären bis 1990 habe ich alles so mitgenommen was damals so gab und dann war irgendwann ab 91 92 habe ich so ein loch in meiner filmografie bis 98 so rum gerade wenn man nicht gerade was in der schule gesehen habe habe ich da so ein filmloch gab bis 1998 also mir fehlt da was mir fehlt am anfang der 80er jahre was weil ich einfach noch zu klein war um es zu realisieren und mir fehlt anfangen oder den ersten zwei dritten der 90er jahre was um mich daran zu erinnern deswegen wenn ich persönlich mit aussuchen dürfte würde ich am liebsten wie gesagt noch mal 1985 bis 1995 so in diese zeit reisen um mir da noch mal die filme anzuschauen wobei ich ehrlich sagen muss nur um das alles mal so zu erleben von was die leute alles so erzählen weil wie gesagt ich bin nicht wie ein typischer filmfan aufgewachsen ich bin da ja eher ein spätzünder gewesen ich kenne das nicht mit in den videotheken schmökern videos auch ich habe mir nie eine videokassette ausgeliehen ich habe mir eigentlich noch nie was in der videothek ausgeliehen muss ich sagen ich war nur in der videothek um sachen zu kaufen und das vermisse ich halt so auch diese diese die kinogänge die kinogänge mehr kinogänge noch mal vielleicht zu machen das ganze flair so wie gesagt dass das würde ich gerne mal erleben wie das damals so war als filme noch was besonderes waren als gefühlt ich weiß nicht wie es wirklich war aber so gefühlt jeder film was besonderes war vielleicht war es für die leute damals auch nichts besonderes heute kommt mir das ganze eher so als als massen abfertigung vor und früher habe ich so nah hinein den eindruck dass viele filme noch was besonderes waren und deswegen wie gesagt würde ich so was sagt man da jetzt film jahrzehnt sage ich 80er sage ich 90er ich weiß es nicht wenn dann würde ich gleich wahrscheinlich 80er jahre sagen aber auch nur mit dem hintergrund wissen was ich heutzutage habe immer mal zur nächsten frage wenn mein tablet hier nicht immer ausgehen würde wäre das auch schnell erledigt frage nummer fünf warst du mal in eine filmfigur beziehungsweise eine darstellerin ein darsteller verknallt kann ich eigentlich auch mit nein beantworten warum eigentlich nicht ich weiß es nicht wie die ganzen anderen kollegen da geantwortet haben alle unter verknallt sein verstehe ich jetzt keine ahnung alles mögliche von dieser frau sammeln ausschneiden bravo popcorn filmheftchen poster an die wand vielleicht noch anschmachten vielleicht noch andere sachen machen aber wir reden hier ja von der kindheit und da kann ich auf jeden fall mit 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 nein beantworten ich hatte zu meiner grundschulzeit wie soll man das jetzt erklären dass mein lächerlich hört sich so oder so an aber mein gott man war halt kinder man hat ja als kind immer alles nachgespielt nachgespielt hat man das bei saber rider und star shows da fand ich dann zur grundschulzeit die april o'neill niedlich süß gut wie auch immer man das als grundschüler bezeichnen kann und die hat dann immer so ein mädel vom kumpel ne so mädel vom kumpel eine schwester vom kumpel wenn wir dann immer das alles so nach gespielt haben die hat die dann immer gespielt weil ich auf die so ein bisschen auge geworfen hatte zur grundschulzeit und da hat sich so ein bisschen überschnitten aber verliebt und verknallt war ich eigentlich nie später dann irgendwann als ich mich mit diesem mit diesem film thema dann so ein bisschen näher beschäftigt habe mit film und serien da fand ich damals ende der 90er fand ich katie holmes ganz süß in dawson's creek ja das gebe ich zu aber da kannst du jetzt nicht von von verliebtheit reden das ist unsinn mir ging es damals eher so um den den gespielten charakter an sich also um die um die serienfigur nicht um katie holmes selbst weil ist ja quatsch aber nein wie gesagt verknallt war ich nicht ich weiß es auch nicht wird mich mal im allgemeinen mal interessieren wie man dieses verknallt sein definieren würde in welcher art und weise frage nummer sechs gibt es einen film für den du dich schämst dass du ihn mal toll fandest nun kann ich eigentlich auch mit ganz klaren nein beantworten ich habe wahrscheinlich schon ja gut kann man jetzt so nicht sagen ich habe schon viel mist gesehen aber der meiste mist der hat mir dann auch wirklich nicht gefallen wenn ich mal was toll fande warum soll ich mich dafür heutzutage schämen das wäre genauso wenn ich jetzt eine zeichentricks serie hätte würde sagen die fand ich voll toll damals wie konnte ich nur wenn ich was toll fand dann war das so warum sollte ich mich dafür schämen es kann natürlich sein dass der film oder die serie bis zum heutigen tag schwach gealtert ist und dass es mir heute nicht mehr gefällt aber warum soll ich dann deswegen sagen ich schäme mich dafür dass ich das mal gut fand ist ein bisschen abwertend und da würde ich mich ja auch irgendwie ein bisschen selbst zu verleumden ist ja frage nummer acht welcher hält aus einem film einer serie wärst du gerne gewesen das ist auch eine der problematischsten fragen dieses tags ich kann mich jetzt bewusst bewusst nicht daran erinnern dass ich da irgendwie einen film gesehen habe oder eine serie und gesagt habe ich bin jetzt deren der oder ich würde jetzt gerne so seiten wie der ich habe nie gesagt ich wäre gern spider-man ich wäre gern superman ich wäre gern batman ich kann mich auch nicht daran erinnern dass wir irgendwie so nightrider oder sowas nachgespielt haben klar wir haben wir haben sachen von zeichentricks serien nachgespielt wir haben mit matchbox autos dance nachgespielt von ein colt für alle fälle oder du kommt selten allein und sowas aber ich persönlich wenn ich mich jetzt also wenn ich mich versucht daran zu erinnern ich kann nichts nennen ich kann nicht sagen ich wäre gerne der und der aus dem und den film gewesen kann ich wirklich so nicht beantworten ich weiß nicht ob das ob jeder schon mal irgendwie was sein wollte bei mir war es nicht so kann natürlich auch damit zusammenhängen wie gesagt dass wir im kinderalter er so auf die zeichentricks serien damals gestanden hatten und dass ich persönlich auch gar nicht so viel von diesen real sachen gesehen habe wie vielleicht andere und in der zeit in den anfang der neunziger bis ende der neunziger ist man natürlich auch älter geworden und ich hatte wie gesagt in der zeitraum auch nicht mehr so viel mit serien und film am hut das kann natürlich auch daran liegen dass mir da irgendwelche ich sag jetzt mal gut idole ist jetzt blöd ausgedrückt wahrscheinlich aber irgendwelche charaktere sich mir dargestellt haben die ich die ich wäre ich gern gewesen und kann ich jetzt wirklich muss ich jetzt mit mit nein beantworten das ist leider so das ist vielleicht für den einen oder anderen enttäuschend aber wenn ich jetzt sagt so ich wäre gern spider-man gewesen ich werde jetzt gern batman gewesen ist es würde halt einfach nicht stimmen ja man hat mal dies und das nachgespielt als kind aber ich bin nie irgendwie so rumgelaufen und habe mich als irgendjemand ausgegeben weil ich den halt sein wollte irgendwie gibt es ja auch kinder die dann irgendeinen charakter sehen wie gesagt wie die frage hat ist im film in der serie sich dann die ganze zeit zu versuchen so irgendwie so ein bisschen so anzuziehen oder hier michael neid uhrt die ganze zeit machen und mit irgendwas reden habe ich nie gemacht habe ich nie gemacht so geil meine kindheit auch war aber sowas habe ich nie gemacht ich versuche gerade ich überlege gerade ob es irgendeine zeichentrickserie noch vielleicht doch noch gab aber da geht es auch nicht drüber hinaus als das mal irgendwas nachgespielt hatte dementsprechend nö aber wir haben die frage sieben übersprungen wir haben die frage sieben übersprungen oder frage sieben war doch eine wichtige frage wie konnte ich die überspringen das kommt davon wenn man dauernd hustanfälle bekommt und noch mal neu anfängt frage sieben dann noch einmal noch mal zurück welchen film aus deiner kindheit oder welche filme aus deiner kindheit kannst du dir heute auch noch immer wieder anschauen und da sind wir ja eigentlich schon fast in meinem element alle filme naja gut okay alle sollte man nicht sagen fast alle sehr viele filme die ich damals im fernsehen gesehen habe oder auf videokassette entweder gekauft oder aufgenommen kann ich mir im großen und ganzen heutzutage noch anschauen sei es jetzt masters of universe der erste turtles film die ganzen turnstil bud spencer filme die police akademie filme ferris macht blau howard with duck mit abstrichen ist schon ein bisschen gealtert diese ganzen filme kann ich mir heutzutage noch anschauen es gibt sehr sehr wenige filme von damals die ich aus meiner kindheit kennen wo ich heute sagen würde das ist der letzte müll sowas gucke ich mir garantiert nicht noch mal an gibt es meiner meinung nach nicht nicht die filme die ich früher öfters im fernsehen gesehen habe denn das ist etwas für mich persönlich ich weiß nicht wie es den leuten da draußen geht das ist ungefähr das gleiche wie bei diesen zeichen trick serien man hat als kind aufgenommen aktuell mit meinem alter gehört zum ersten zu den ersten zehn jahren meines lebens also ein viertel meines bisherigen lebens sind es einfach erinnerungen nostalgische erinnerungen an die kindheit ob der film jetzt gut war oder schlecht war bei mir persönlich ist es so dass ich damit immer noch gedanken an früher verbinden kann und dann ist es für mich eher etwas positives ja wie gesagt es mag sein dass der ein oder andere film bisschen angestaubt ist dann guckt man ein bisschen drüber weg oder macht nebenbei was anderes wenn irgendwelche längen im film zum vorschein kommen aber ich würde deswegen niemals sagen dass ich den film heutzutage nicht gut finde frage nummer 9 kennst du noch die texte der openings deiner lieblingsserien von damals beweise ist gerne auch singt singt ist ein bisschen schwer und ich habe auch gesehen dass bei den videos die ich jetzt gesehen habe vom nostalgie text hat kein sack gesungen oder warum sollte ich jetzt hier sehen openings gab es damals an maß wir hatten zwei fisch nein eigentlich 3 3 3 hatten drei verschiedene arten von openings eigentlich wir hatten einmal ein deutsches intro mit einem extra dafür angefertigten deutschen intro song oder deutschen einsprecher wir hatten die original intros also mit original englischen oder o ton song oder auto texten er war eher was die musik meistens die original war die texte eher weniger dazu gab es dann meistens entweder die original einblendung oder so deutsche titel und es gab ja weiß es nicht eher so im zeichentrick bereich auch noch das ein oder andere opening wo dann einfach nur das instrumental gespielt wurde und dementsprechend habe ich da so limitierte quellen an intros ist es gibt sehr 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 viele intros die ich zum größten teil mitsprechen oder singen kann wenn ich sie abgespielt höre es gibt auch viele intros die waren im o-ton die kann ich jetzt fetzenweise nur aber jetzt niemals auswendig aber es gibt eine serie gehört noch nicht mal unbedingt zu meiner lieblingsserie auch wenn ich früher sehr oft geguckt habe aber da kann ich das intro eigentlich mitsprechen sozusagen und die serie ist hit my music falscher anfangen nein jetzt mal im ernst ich versuche das mal ein bisschen so hier im 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 als reim aufzusagen in einer fernen zeit in einem fernen raum der planet neutexas ein freiheitstraum ein land freier menschen so könnte es sein doch mischte sich leider auch böses mit ein ein mann des gesetzes kam irgendwo her er hatte die kraft wie ein wolf und ein bär beschützer der schwachen er trotz jeder gefahr der hüter des rechts marshall brave star das ist für mich so ein intro ein sprecher mit der brave star musik im hintergrund den ich bis heute noch mit sprechen kann es gab noch viele andere aber auswendig können und was wirklich auswendig können oder mit sprechen mitsingen können wenn man das gleichzeitig laufen hat sind zwei verschiedene paar schuhe muss man mein gott wir sind jetzt hier um die 40 rum ich finde es schon krass genug dass man überhaupt noch meistens die texte mitsprechen bzw mitsingen kann von diesem ganzen alten kram wie man als kind gesehen hat das muss man natürlich auch mal offen ansprechen da finde ich schon das menschliche gehirn eine kleine sensation gut bei mir sind es meistens bei bei deutschen texten auch irgendwelche songs von von deutschen gruppen früher was da so lief in den 90ern ist aber jetzt das thema aber bei vielen intros ob sie jetzt englische sprachfetzen sind oder die deutschen intros dies bei vielen serien gab dass man da überhaupt noch auch nur ansatzweise teilweise die texte mitsprechen kann finde ich persönlich eine kleine sensation aber gleichzeitig auch finde ich das ganze sehr positiv und zur letzten frage kommen wir bei nummer zehn gibt es einen film mit ganz besonderer bedeutung für dich da könnte man jetzt wieder fragen was ist eine ganz besondere bedeutung für mich im ersten moment wollte ich hier mit nein antworten die filme mit der besonderen bedeutung die habe ich irgendwann erst bewusst der besondere bedeutung habe ich erst im viel viel viele jahre später während meiner film sammler leidenschaft da irgendwann entdeckte habe ich den und den film entdeckt mit dem ich den und das in verbindung bringen könnte aber dann habe ich überlegt besondere bedeutung haben mehrere filme die möchte ich jetzt gerne auch alle nennen und nicht ich weiß die frage ist ein film aber ich möchte so gerne alle nennen wir haben zum beispiel einmal den masters of universe real film das war einer wenn ich sogar der erste film den ich jetzt bewusst als videokassette gesehen hatte das war auch einer der filme den ich bewusst öfter mal gesehen habe auf videokassette weil er halt der 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 schulkumpel damals den hatte auf videokassette und der dann oft so beim masters spiel nebenbei so gelaufen ist deswegen hat der film für mich heute auch noch eine besondere bedeutung ich kann es heute nicht beschwören ob es der also es war auf jeden fall nicht der erste film den ich jemals gesehen habe das ist bullshit aber es müsste die erste videokassette gewesen sein mit dem ersten real film natürlich hat man vorher mal die und die vhs drin gehabt mit irgendeiner zeichentrickserien episode aber der erste real film auf video war bei mir masters of universe der real film und danach kam irgendwann der turtles film dann haben wir bernhard und bianca im känguruland war bei mir der erste kinofilm in dem ich war und der zweite kinofilm und ihr merkt schon diese sprünge und die unterschiede zu anderen film fans der zweite film war batman returns das war mein zweiter kinofilm und gleichzeitig der erste real film in dem ich im kino war dementsprechend könnte ich das auch noch nennen und ansonsten gibt es noch den ein oder anderen film anagert eigentlich gibt es ein film noch mit dem habe ich eine negative verbindung möchte ich jetzt aber nicht mehr darauf eingehen wobei negative erinnerungen es ist jetzt nicht so wenn ich den film sehe dass ich immer an das ereignis denkt aber ich weiß bei dem und dem ereignis lief deren der film also umgekehrt schon aber es ist jetzt nicht so dass ich den film gucken denke da war doch das und das kann man also so nicht sagen das ist jetzt auch kein besonderes erlebnis in dem sinn wie gesagt masters of universe erste vrs bernhard und bianca im känguruland erster kinofilm batman returns erster realer kinofilm und besondere bedeutung im allgemeinen oberflächlich betrachtet die bad spencer turns hill filme und ferris macht blau denn das war ein film die früher sehr sehr oft im fernsehen gelaufen sind ebenso wie police academy teil 1 2 3 und 4 die habe ich auch so oft damals gesehen im fernsehen und das sind alles filme die haben aus diesen gründen was wir vorhin schon angesprochen haben im allgemeinen oberflächlich betrachtet für mich eine besondere bedeutung und damit ist dieser tag jetzt vorbei ich habe jetzt auch gar keine ahnung wer das so von den altbekannten gesichtern da jetzt schon alles mitgemacht hat und wer nicht ich hätte natürlich jetzt schon ein paar namen gehabt die ich nominieren wollte aber die ich jetzt als erstes im kopf hatte die haben da tatsächlich schon mitgemacht und habe ich nicht nominiert diese säcke das merke ich mir übrigens ne nächste mal nominiere ich euch nicht wenn ich vor euch dran bin deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht ob es da noch sinn macht jemanden zu nominieren aber ich könnte vielleicht ich habe jetzt noch nicht geguckt den movie fan 1982 ich riskiere es jetzt einfach mal bei dir habe ich noch nicht geguckt markus ob du da schon daran teilgenommen hast ich habe nichts bewusst mitbekommen dass da was hochgeladen wurde ansonsten schneide ich das hier raus ja also ich bedanke mich dass ihr das geschwafel euch wieder mit angesehen habt wenn ihr wieder bock auf richtigen content habt dann lasst am besten gleich mein abo da denn diese woche müssten noch ein paar coole videos kommen vor vorausgehen natürlich das ganze zeug kommt an ein teil der lieferung ist schon da also da ein video steht auf jeden fall schon mal das ist fakt schon mal das kommt diese woche da freue ich mich besonders auch schon drauf die anderen sachen sind glaube ich für donnerstag angekündigt da hoffe ich dass alles klappt und dass ich das auch in den händen halten werde dann sind schon mal zwei weitere videos sicher und ich warte wie gesagt immer noch auf retro zeug oder sagen wir mal eher spielzeug retro zeug könnte man das andere auch nennen warte noch auf spielzeug und wie gesagt der content ist gesichert leute ihr müsst einfach ein abo da lassen damit ihr auch seht wenn ich das zeug hochladen ansonsten einen schönen tag noch bis zum nächsten mal